Attends, 3, 4. Wenn das Bisschen kommt, so besteht die Schwiegenmacht, sei du das lieb. Verminkt nun dieses bisschen Butter, Margarine oder Rama-Schokobrein. Ist schon geschafft, die halbe Zaugerei der Brownie-Backerei. Butter, die Butter in die Pfanne, darfst du Butter in der Manne. Schwing den Schwingmesen im Kreis, statt zum Verbessen wie ein Butterkreis. Eier nicht im Wunsch, so klein hat die Müsse, die kleinen Dinger. Aber hack dir nicht in deine Finger. Back die Masse, das wird klasse.